Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich dir zeigen, wie du mit erweiterten Filtern mehr Kontrolle über deine Daten und Tabellen erhalten kannst. Du kennst wahrscheinlich das normale Filtern, also das hier oben mit den Pfeilen, aber ich verspreche dir, mit erweiterten Filtern ist so viel mehr möglich, was du mit deinen Tabellen rausholen kannst. Falls dich Videos grundsätzlich rund um Microsoft Excel interessieren, würde ich mich wirklich über ein Like oder ein Abo freuen. Es ist kostenlos und du kannst deine Meinung jederzeit ändern. Ich glaube, ich habe alles gesagt, legen wir los mit dem Video. Wenn du in Excel eine Tabelle hast, hast du wahrscheinlich Filtern aktiviert, das heißt auf der rechten Seite hier Filtern. Hier kannst du natürlich die einzelnen Filtern aktivieren, das heißt ich kann zum Beispiel nur den Jakob anzeigen, dann wird mir zum Beispiel hier nur ein Name angezeigt. Das Problem dabei ist, dass sich dabei eben meine Tabelle verkleinert und dann die Übersicht verloren geht und das möchten wir heute ändern, nämlich mit erweiterten Filtern. Dazu gehen wir oben auf Daten und auf der rechten Seite, wo wir eigentlich die Filter haben, die können wir in dem Fall deaktivieren. Rechts davon haben wir eben erweitertes Filtern. Wenn wir da draufklicken, dann öffnet sich hier ein kleines Feld, in dem ich schon zur Vorbereitung auf dieses Video ein bisschen gearbeitet habe. Und im speziellen Filter können wir jetzt einige Dinge durchführen, die wir im normalen Filterbereich nicht machen können. Sagen wir zum Beispiel, wir möchten alle Duplikate der Namen hier entfernen. Das sind wir eventuell gewohnt, indem wir alle Namen hier kopieren, kopieren, auf die nächste Zeile gehen und dann Duplikate entfernen machen. Das können wir aber ganz einfach mit erweiterten Filtern durchführen. Wenn wir uns hier reinstellen und dann bei erweiterten Filtern raufgehen, dann können wir hier sagen, entweder Liste an gleicher Stelle filtern. Das möchten wir in dem Fall nicht, weil dann würde wieder diese Tabelle gefiltert werden. Wir möchten an einer anderen Stelle filtern, das heißt wir drücken hier drauf. Unser Listenbereich ist in dem Fall nur alle Namen, die wir hier haben, denn wir wollen momentan nur die Duplikate entfernen. Dann drücken wir Enter. Einen Kriterienbereich haben wir momentan nicht, das heißt wir brauchen keine Kriterien. Kopieren nach. Hier können wir aussuchen, wo diese Werte hinkopiert werden sollen. Das heißt, wenn wir rechts zum Beispiel eine kleine Liste für eine Dropdown haben wollen, dann visieren wir es dort an. In unserem Fall mache ich es hier einfach bei G und drücke Enter. Und hier unten wähle ich dann noch aus, keine Duplikate und drücke auch schon OK. Und jetzt sehen wir, es wurden alle Duplikate entfernt. Das heißt, wir haben vier weniger, weil zum Beispiel die Juli mehrmals vorkommt oder die Lisa kommt ebenfalls mehrmals vor. Das heißt, alle Duplikate für einen Namen wurden entfernt. Wie wir jetzt aber sehen, es wurden wirklich alle Duplikate entfernt und zum Beispiel nicht auf das Land hier Rücksicht genommen. Wir haben hier eine ID, die einfach die Namen in IDs einteilt, einen Namen, dann das Land, weil zum Beispiel die Juli aus Österreich ist nicht zum Beispiel die Juli aus Österreich. Okay, das ist dieselbe, aber hier die Juli aus Deutschland, das sind nicht die gleichen Personen. Und die haben eben eine kleine Punkteanzahl. Und die Juli aus Deutschland und die Juli aus Österreich sind ja zwei unterschiedliche Personen. Das heißt, die sollten als Duplikat nicht ansprechen. Deswegen müssen wir jetzt erweiterten Filtern einfach noch sagen, bitte macht das Land dazu und kontrolliere das Land mit. Dazu lösche ich einfach die jetzigen wieder raus, öffne wieder erweiterten Filtern. Aufpassen, jedes Mal wenn man einen Spezialfilter, also die erweiterten Filter erneut öffnet, dann stellt sich das wieder zurück. Das heißt, es muss immer manuell auf an eine andere Stelle kopieren ausgewählt werden. Und wenn es um Duplikate geht, das ebenfalls angehackt werden. Als Listenbereich nehmen wir jetzt nicht nur die Namen, sondern wir nehmen eben das Land hier mit. Das heißt, wir nehmen einfach beide Spalten und drücken Enter. Dann braucht man wieder keinen Kriterienbereich, weil momentan geht es wirklich nur um die Duplikate. Und wir kopieren es wieder an dieselbe Stelle und drücken OK. Und wie wir jetzt sehen vom vorigen Kopieren, wir haben drei Zeilen mehr. Das bedeutet, wir haben jetzt weniger Duplikate, weil wir in diesem Fall die Juli aus Österreich und die Juli aus Deutschland eben in derselben Duplikatzeile haben. Weil es eben nicht das gleiche ist, weil es unterschiedliche Länder sind. Das heißt, mit erweiterten Filtern kann man schon mal zwei, drei Arbeitsschritte überspringen, indem wir eben direkt im selben Dokument filtern können und die Duplikate ganz einfach rauslöschen wollen. Natürlich können aber erweiterte Filter einiges mehr. Und zwar, wenn wir das jetzt alles wieder weglöschen, können wir mit den Überschriften arbeiten. Ich kopiere jetzt einfach die Überschriften hier rüber, damit wir hier weiterarbeiten können. Und hier zeigt sich wirklich die Stärke von erweiterten Filtern. Wenn ich zum Beispiel sagen möchte, ich möchte alle Zeilen haben, die den Namen Juli beinhalten. Machen wir es einfach mal so und schreiben hier Juli rein. Das heißt, bei Adi soll nichts drinnen stehen, Land auch nicht, Punkte auch nicht, aber bei Name soll die Juli drinnen stehen. Und jetzt starte ich das erweiterte Filtern, sage wieder an einer anderen Stelle, weil ich es natürlich nicht hier drinnen kopieren möchte. Und der Listenbereich ist in dem Fall alles, was wir haben, also das komplette Dokument bzw. die komplette Tabelle. Das heißt, wir wählen hier wirklich mit den Überschriften aus, damit eben der Filter dann weiß, okay, das sind die Überschriften. Und dann natürlich alle Werte hier nach unten und das ist sowieso absolut gesetzt. Drücken wir Enter. Kopieren nach ist in dem Fall nicht hier oben, weil hier arbeiten wir gerade. Macht man das zum Beispiel ein bisschen weiter unten hier und drücken Enter. Und jetzt haben wir eben einen Kriterienbereich. Und der Kriterienbereich ist das hier, was wir gerade da oben definiert haben. Das heißt, wir haben hier die Überschriften, die korrespondieren mit den Überschriften unseres Listenbereiches hier drüben. Und hier unten haben wir eben die Werte, die gelistet werden sollen. Das heißt, wir markieren jetzt einfach alle Werte hier, nur die erste Zeile. Warum das wichtig ist, schauen wir uns gleich noch einmal an und drücken Enter. Das heißt, wir haben als Listenbereich das komplette Tabellenblatt, dann haben wir als Kriterienbereich unseren kleinen Arbeitsbereich und kopieren hier unten keine Duplikate und drücken zum Beispiel OK. Und jetzt sehen wir, er hat uns alle Werte zurückgegeben, die eben die Juli beinhaltet. Wir haben hier einmal die 3 Juli mit AT, einmal die 5 Juli DE und nochmal die 16 Juli AT. Das heißt, er hat uns wirklich nur von denen hier, hat er verstanden, okay, der Name und Juli gehören zusammen und hat uns das perfekt ausgefiltert. Das Ganze können wir natürlich noch erweitern, indem wir sagen, wir möchten nicht nur die Juli, sondern wir möchten bitte auch den Raffi haben. Und dann, wenn wir dann auf Erweitern gehen, müssen wir bedenken, wieder an eine andere Stelle kopieren und als Kriterienbereich müssen wir jetzt die Raffi-Zeile mit beinhalten und Enter drücken. Den Rest kann man beibehalten und dann drückt man einfach OK und sehen, jetzt hat er uns ebenfalls die zwei Zeilen mit Raffi hinzugefügt. Das heißt, ich kann hier über externe Filter wirklich super, ohne dass ich hier in einer langen Tabelle Werte suchen muss, hier drüben meine Werte, die ich brauche, eingeben und kriege dann direkt alle ausgegeben, die ich hier benötige. Was jetzt noch wichtig ist, dass man sehr auf die Kriterien achtet. Wenn ich sage, ich möchte jetzt nur mehr die Juli ausgeben und lösche den Raffi weg und filter jetzt nochmal durch, dann sage ich zum Beispiel einfach OK und jetzt sehe ich, es werden mir alle ausgegeben. Warum? Wenn wir uns jetzt das Filtern genauer ansehen, schauen wir beim Kriterienbereich, wird ja die zweite Zeile ebenfalls mitmarkiert. Die haben wir ja gerade mitmarkiert, weil da Raffi drin stand. Und jetzt haben wir im Grunde eine leere Zeile mitmarkiert, das heißt, eigentlich sind alle Werte zurückzugeben, weil das leer, das leer, das leer und das leer ist. Es gibt keine Filterwerte und daher gespuckt uns alles aus. Das heißt, bitte auf den Kriterienbereich achten. Das heißt, wir möchten jetzt bitte wieder nur mal die erste Zeile markieren und drücken Enter. Das Ganze können wir jetzt zum Beispiel auch noch mit Wildcards versehen, zum Beispiel einem Stern, wie wir es kennen. Ich möchte jetzt zum Beispiel nicht spezielle Namen filtern, sondern ich gehe auf spezielle Buchstaben und ich möchte alle Namen filtern, die mit einem L beginnen. Dann schreibe ich einfach L rein und dann schreibe ich einen Stern. Der Stern steht dafür, dass das L fix ist. In dem Fall ist es fix, dass L der erste Buchstabe meiner Zeile ist. Und der Stern bedeutet, dass alles genommen werden soll, egal was nach dem L kommt. Solange L der erste Buchstabe ist, zählt alles weitere. Und wenn ich jetzt da den Filter durchführe, dann sehen wir, er spuckt uns sowohl Lisa als auch Lara aus. Das sind die einzigen zwei Personen, die hier mit einem L beginnen. Der Rest ist unterschiedlich, aber das ist in dem Fall egal. Ich habe jetzt zum Beispiel die Lara und die Lisa, Deutschland und Österreich und möchte bitte L-Stern ist okay, aber bitte nur aus dem Land Deutschland. Dann schreibe ich hier DE rein. Das heißt, ich möchte alle mit dem Namen L aus Deutschland und führe den Filter noch einmal durch. Drücke OK und jetzt sehen wir, er hat, obwohl wir L-Stern haben, die AT Lara hier rausgeschmissen, weil wir eben, wie wir es gerade gesehen haben, hier oben unterschiedliche Werte eintragen können. Eine weitere gute Wildcard ist zum Beispiel größere oder kleinere Symbole für Zahlenwerte. Jetzt löschen wir zum Beispiel das Land wieder raus. Ich möchte zum Beispiel nur Punkte haben, die größer als 60 sind. Dann drücke ich Enter und dann starte ich mal den Filter nochmal und dann schauen wir, was passiert. Und zwar hat er jetzt einen Wert rausgeschmissen, nämlich hat er die Lisa rausgeschmissen. Die hat nämlich nur 55 Punkte gehabt, aber die Lara hat er wieder reingenommen. Die hat nämlich 79 Punkte, kommt aus Österreich, aber das Österreich-Land bzw. den Land-Filter haben wir in dem Fall wieder rausgelöscht. Aus diesen Filtermöglichkeiten können jetzt natürlich unendlich viele Möglichkeiten daraus entstehen. Ich möchte dir nur ganz kurz zeigen, was passiert, wenn du sagst, ich möchte in der gleichen Spalte filtern. Das heißt, wir gehen auf Daten und erweitert. Ich möchte jetzt zum Beispiel nur die Namen rausfiltern, die keine Duplikate sind. Sagen wir in unserem Fall Liste an der gleichen Stelle filtern. Das heißt, die Kopie nach ist ausgegraut, weil wir keinen anderen Wert brauchen. Der Listenbereich ist in unserem Fall alle Namen, weil wir machen dasselbe, was wir am Anfang gemacht haben. Und Kriterienbereich kann ebenfalls leer bleiben, aber eben wieder keine Duplikate aktiviert. Und jetzt drücken wir OK und jetzt sehen wir, obwohl wir hier oben keinen Filter aktiviert haben. Das heißt, uns fehlen diese Stellen. Können wir hier auf der linken Seite sehen, durch die blauen Werte, die entstehen immer, wenn ein Filter aktiviert ist. Das heißt, obwohl der Filter nicht hier oben zu sehen ist, trotzdem auf der linken Seite gefiltert wurde. Das heißt, keine Angst, wenn du dich mal verdrückst und unabsichtlich an der gleichen Stelle filterst, sind die Daten nicht weg, sondern sie sind tatsächlich gefiltert. Das heißt, hier wird zum Beispiel die 2 übersprungen und hier wird die 7 übersprungen. Nein, zwischen 3 und 4 ist keine 2. Das war mein Fehler. Aber zwischen 6 und 8 wird die 7 übersprungen. Das heißt, das ist kein Problem. Da kann man einfach nochmal zurückdrücken. Und dann ist das eben so. Der Vergleich dazu, wenn ich hier drüben was filtere und dann versuche zurückzudrücken. Das heißt, ich mache einfach mal an einer anderen Stelle und drücke jetzt einfach mal OK und sehe, ich habe hier diese Werte. Und jetzt drücke ich zurück, da passiert gar nichts. Das ist ausgegraut. Das heißt, sobald ich das auf einer anderen Stelle kopiere, dann ist das eben fix. Das heißt, ich kann das nur entfernen, indem ich es markiere, auf Start gehe und dann hier drüben alles lösche. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen näher bringen, wie du erweiterte Filter in deinen Excel-Dokumenten sinnvoll nutzen kannst. Falls dir das Video gefallen hat und falls du was Neues gelernt hast, würde ich mich wirklich über ein Like oder ein Abo freuen. Vielleicht kannst du das Video auch mit jemandem teilen, von dem du glaubst, der könnte mit diesem Tipp wirklich schneller arbeiten. Ansonsten freut es mich, dass du das Video bis zum Ende angesehen hast. Falls du wissen möchtest, wie du aus diesem Dokument zum Beispiel ein Dashboard bauen kannst, dann schau dir dieses Video an. Hier habe ich es von Anfang an genau erklärt. Sonst freut es mich, dass ich dir helfen durfte. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao.